Am Schlusstag der Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow verpasst Hürdenläuferin Karin Strametz den Einzug ins Finale. Die Österreicherin landet über 60 Meter auf Endrang 13, knackt dabei aber ihre persönliche Bestmarke. Die Steirerin wird in ihrem Halbfinale in exakt 8 Sekunden fünfte. Auf den Einzug in die Entscheidung fehlen nur fünf Hundertstel. Am Ende überwiegt bei Strametz aber ganz klar die Freude über ihre neue Bestzeit. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Lauf. Die eine Hundertstel, die mir dann zu siebener Zeit gefällt, habe ich sicher auf den ersten zwei Hürden liegen lassen. Ab der dritten Hürden bin ich aber wirklich gut ins Rennen gekommen und es ist einfach eine super Voraussetzung für die 100 Meter Hürden draußen dann. Der Sieg geht an Divine Charlton. Die Läuferin von den Bahamas triumphiert in herausragenden 7,65 und verbessert ihren eigenen Weltrekord, den sie erst Mitte Februar aufgestellt hat, um zwei Hundertstel. Eine Überraschung gibt es im 1500 Meter Rennen der Männer. Der Neuseeländer Jordi Bimisch holt sich dank eines famosen Endspurts den Titel. Es ist seine erste Medaille bei einem Großereignis. Auch im Hochsprung der Männer darf Neuseeland über Gold jubeln. Hemisch Kerr schraubt sich mit einer Höhe von 2,36 Metern auf Rang 1. Beim 4x400 Meter Staffellauf der Frauen werden die Niederländerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht. Für Schlussläuferin Femke Bohl ist es die zweite Goldmedaille bei dieser WM. Vielen Dank.